Da fällt mir übrigens gerade ein. Naja, ich hab hier nicht mehr genug. Doch, ich hätte genug Fläche eigentlich noch. Also steh ich mal wieder auf langsam. Ah, ich hab hier nicht mehr. Das ist eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ah, noch ein achtes hierhin. Ja. So, jetzt aber bitte nochmal. Alles klar. Dann kann ich nämlich auch noch Brot backen. Ein bisschen mehr Nahrungsunterschied. Auch wenn die Leute hier ziemlich am Käse futtern sind. Das Reich von Hidun erhebt Tribut. Verstanden. Geld? Ich will die Steine, bitte. Ei. Sofort. 300 Gold für ein Gebiet. Okay, indem es ein paar Kühe gibt. Aber das war es dann auch schon. Tag, Kätzchen. Ciao, Kätzchen. So, da kommen meine Steinchen bald an. Ja, da kommen sie. Ja, da kommen sie. Also ja, ich könnte die Köhe auch hier etwas umziehen eigentlich, die hier. Ich könnte zwei von den Weizenfarben hier oben hin machen. Ja, jetzt ziehen sie um, gut. Hoffe ich mal, dass sie jetzt umziehen. Okay, Kuss. 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 Kuss. Okay, Kuss. Okay, Kuss. 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 Okay, der nimmt irgendeinen anderen Weg. Ich habe wohl für das erste gar keine andere Wahl, als hier was zu kaufen. Ich habe wohl für das erste gar keine andere Wahl, als hier was zu kaufen. Ich werde dich vor dem Tiger zu erschrecken. Oh, und hier geht es gar nicht runter, weil hier sind Steine im Weg. Hier geht es auch nirgends durch. Das ist doof. Alles klar. Da kommt unser Eisen, hoffentlich, was ich geordert habe. Ja, jetzt kriegen wir auch wieder Geld rein. Jetzt da wir auch von unseren Reinigungsgebäuden abkassieren. Und wir können einen Wecker errichten. Nur nicht hier. Errichten wen hier. Jawohl, es gibt kein Zurück. Okay, ich glaube sie ist mittlerweile etwas stärker als der Tiger, weil ich glaube auch der Ritterrang definiert die Stärke des Ritters. Kommt jedenfalls gerade so vor, weil als sie noch auf dem niedrigsten Rang war, hat der Tiger sie locker in die Tasche gesteckt. Da sind auch noch Bunkos. Sofort! Verstanden! Sofort! Sofort! Wie weit noch bis zur Regenzeit wieder? Okay, wir haben erst die Abfahrt. Also verlange ich mal wieder von denen den Triebhut. Ich baue meine Bickerei weiter aus. Ich baue noch einen Seifenmacher, weil wir haben mehr als genug Tierkörper. Zahlt euren Tribut für Hidu. Holz. Alles klar. So, Truppen. Westholmer Truppen. So, da kommt noch mal Eisen. Schon unterwegs. Ei. Alles klar. Aber dann sollten wir uns demnächst selber mit Eisen versorgen können. Das war derzeit. Entfernen wir uns. Okay, durch die ihr Territorium reiten, keine gute Idee. Wir sollten uns selber vielleicht auch mal ein bisschen absichern. Dass sie nicht auf die Idee kommen, bei uns einfach rein zu stürmen. Und ja, ein paar Tierkörper können wir da doch verkaufen. Okay. So, unsere Schutzpalisade ist erstmal fertig. Jawohl! Für Hidun, entrichtet euren Tribut. Oh, Steine. Alles klar. Wie ihr wünscht. So, die können wir jetzt auf Max abbilden. So, Jepp. So, die Heilige Kuh. So, sie zieht los. Die brauchen wieder Holz. So, fort.